The Delic Entertainment Deep Silver Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play aus dem Hause The Delic Entertainment Wir spielen heute das schwarze Auge, auch bekannt als DSA, Satynavs Ketten Ja, ich hatte ja eine Umfrage laufen zu dem Spiel, was ihr gerne haben möchtet, ob ihr Satynavs Ketten oder ob ihr A New Beginning haben wollt Unser Video selbst kam tatsächlich so die große Begeisterung auf, muss ich sagen Aber mir wurde per PN gesagt, dass A New Beginning wohl nicht ganz so doll sein soll Ich habe beide Spiele nicht eingespielt und darum habe ich mich jetzt dann für das schwarze Auge Satynavs Ketten erstmal entschieden Aber ich denke mal, A New Beginning wird auf jeden Fall noch folgen Ja, und dann würde ich sagen Hauptmenü Neues Spiel Ja, Spiel starten So Ein raues Abenteuer für erfahrene Abenteuer Achso, Quatsch, Moment Ein bequemes Abenteuer für frisch gebackene Abenteurer Alle Komfortfunktionen stehen zur Verfügung Ein raues Abenteuer für erfahrene Abenteurer Alle Komfortfunktionen werden gewöhnt Können aber bei den Verständnungen nachdrehen wieder eingeschaltet werden Ja, genau, so möchte ich auch moderieren Wir werden auf jeden Fall Schwierige Frage Na, ich glaube, ich werde trotzdem mal ein Komfortables Abenteuer bestreiten Ist, glaube ich, besser, falls wir wieder verzweifeln So Na dann Ich habe mir auch ein Tier Wer hat die Macht, das eigene Schicksal zu hintergehen Solange die Götter über das Schiff der Zeit wachen, bleibt eines doch immer gewiss Satinavs Ketten reißen nicht Detelic Entertainment Es waren gute Tage für das verträumte Andergast Ein Frieden mit dem Erzfeind Nostria war in greifbarer Nähe Ein Besuch der nostrischen Königin stand kurz bevor Im Zuge der Feierlichkeiten hatte der König die jungen Andergaster zu einer heiteren Quäste aufgerufen Sieht sehr heiter aus Das Eichenblatt Er lässt nicht los, der Hund Hunde sind klüger, Ulfried Sie werfen sich auf den Rücken, wenn sie verloren haben Wie sieht es aus, Geron? Gibst du auf? Lass ihn mal zu Wort kommen Mit rechts klick kann Geron seine Umgebung näher betrachten Mit links klick kann er mit seiner Umgebung interagieren Klicke mit der linken Maustaste auf Ulfried, um ihn anzusprechen Machen wir Ich werde... Ich werde... Was? Ich verstehe dich ganz schlecht Ich werde gewinnen Nein, Vogelfänger, du wirst verlieren Ich rechne es dir gerne vor Du musst für die königliche Quäste vier kupferne Eichenblätter finden Ich brauche vier Eichenblätter aus Messing Derzeit hast du mir ein Eichenblatt voraus Da Ulfried dir dieses Eichenblatt jedoch abnehmen wird Fehlt dir mindestens ein Eichenblatt zum Sieg Oder glaubst du immer noch, du kannst dich befreien? Ja, dann benutze Rechtsklick, um den Hammer anzuschauen Und Linksklick, um ihn aufzunehmen Der Hammer wird dir auch nicht helfen Äh, ich glaube schon Mein Hammer Lass ihn doch Gib doch einfach auf, Vogelfänger Der Hammer befindet sich jetzt in deinem Inventar Ziehe den Mauszeiger an den unteren Bildschirmrand, um das Inventar zu öffnen Versuche, Ulfried, mit dem Hammer zu schlagen Klicke mit der linken Maustaste auf den Hammer im Inventar, um ihn zu greifen Klicke damit der linken Maustaste auf Ulfried, um ihn zu schlagen Flup Hammer Ulfried Na? Stell dir nur mal vor, der Unglücksbringer gewinnt und wird vom König empfangen Hilf mir, Ulfried Was hat der blinde Seher damals gesagt, bevor er verbrannt wurde? Dass Geron böse ist Ich glaube, er sagte, dass Geron uns großes Unheil bringt Bei Prophezeiungen muss man auf den Wortlaut achten, Ulfried Und wieder ins Wasser Und wenn Geron uns verflucht, es heißt, er hat eine dunkle Gabe Unsinn Ja, hallo Luke Geron ist ein Magieditant Er kann Gegenstände mit bloßer Willenskraft zerdeppern Klicke auf die linken Maustaste aus dem Krug-Symbol neben der Inventarleiste Klicke dann auf den Gegenstand, den Geron zerbrechen zu Geron kann ausschließlich Dinge zerdeppern, die leicht zerbrechlich sind Flup Vielleicht gebe ich dir später einen Schluck ab Als Trost für die Niederlage Flup Du willst den Krug? Dieser Wein ist allein dem Sieger der Queste bestimmt Also mir Wie nicht, habe ich jetzt irgendwas falsch verstanden? Ach hier, dieses Zeichen, ah Was zum... Lass, du schlägst ihn noch tot Hol dir das Eichenblatt und wir verschwinden Ja, es waren gute Tage für das verträumte Andergast Nur wenige ahnten, dass bald nichts mehr sein würde, wie es einmal war Das schwarze Auge Satinavs Ketten Der gute Käfig Lass ihn dort stehen Ich repariere ihn später Gwindling, ich habe ihn nicht kaputt gemacht Ja, ja Das waren Olgirt und sein Knecht Sie haben mich überfallen und mein Eichenblatt gestohlen Für die Eichblatt-Queste, weißt du? Hm Hörst du, sie haben den Käfig zerstört, nicht ich Das kann nicht sein Aber weißt du was? Ich werde den Wettbewerb trotzdem gewinnen Ich werde mir mein Eichenblatt zurückholen und ich werde gewinnen Und dann wird mich niemand mehr verspotten Was machst du da eigentlich? Geron, dieser Unfug führt doch zu nichts Ich will nicht wie du mein ganzes Leben lang Nur Jäger und Fallensteller sein? Ohne einen Käfig bist du noch nicht einmal das Okay und anscheinend sind wir hier jetzt bei Gwindling Wir sind ja Geron Ja, wir sind mitten drin reingeworfen worden Anscheinend gibt es gerade eine Eichblatt-Queste Zur Feierlichkeit eines Bündnisses zwischen zwei Reichen Ja, und er ist anscheinend ein Magie-Dilettant Und wir reden jetzt mal mit Gwindling Herzlich willkommen nochmal zurück zu Satinas Ketten Und ja, mal schauen Gwindling, würdest du bitte... Kannst du den Käfig reparieren? Muss wohl Wir werden ihn noch brauchen Haben wir einen neuen Auftrag? Auftrag, sagt er Bis einer von diesen Bauern-Tölpeln merkt, was da auf uns zukommt Ist es längst zu spät Wovon sprichst du? Von den Krähen, Geron Den Krähen Äh... Das ist doch ein komisches Werkzeug, ich gucke es mal an Das ist ein Stab mit einer Spitze vorne dran Was ist mit der toten Krähe da? Ich will wissen, was sie hergeführt hat Das ist leicht Der Winter naht Sie suchte Wärme Hm... Alles voller schwarzer Galle Äh, falls jemand sich wundert Äh, wir haben... Denge meine ich, dass ich immer wundere, aber Wir spielen das hier im Fenstermodus Also, falls meine Maus mal... Achso, die bleibt an der Ecke hängen, alles klar Äh, ja, falls ich irgendwie mal falsch klicken Oder so, wir spielen im Fenstermodus Es könnte passieren, dass ich eventuell aus dem Bildschirm rausgerate Ein Wettbewerb! Wenn ich erst die Eichblatt-Queste gewonnen habe Du verdienst dir nur Hohn und Spott Der Sieger wird vom König geehrt Jeder bleibt, was er ist Wann begreifst du das endlich? Aber ich wäre gern ein Held Und danach darf man doch streben, oder? Du wirkst müde Leg dich doch schlafen Wer ist Olderich? Was sind das für Träume? Augen starren mich an Blinde Augen Wie damals, als der Seher noch lebte Was meinst du damit? Nichts Es sind nur Träume Eben Die Krähen lassen sich nicht schlafen Sie beobachten uns Schau ihnen nicht in die Augen Sie blicken dir in die Seele, Geron Ich fürchte mich nicht vor ein paar Krähen Bis du Golgaris Schwingen rauschen hörst Wer sagt denn, dass nicht auch Borons Seelenvogel in ein Käfig passt? Wer ist Boron? Ich bin hier reingeworfen worden Ich habe keine Ahnung von irgendwas Okay, jetzt kommen wir zu Ritter Olderich Wie ist Ritter Olderich gestorben? Er wurde ermordet Der alte Mann? Warum das? Wer weiß Aber er war einer derjenigen Die damals den Seher zur Strecke brachten Gwinling, der Seher ist schon lange Zeit tot Ja, ja Hör endlich auf, über diesen Seher nachzugrübeln Er wurde doch verbrannt, nicht wahr? Vor 13 Jahren Weil er König Wendolins Tod vorausgesagt hat Nicht deshalb Er hat Kinder entführt Niemand weiß warum Jedenfalls wollte er nichts Gutes für Andergast Heerscharen von Krähen sollten für ihn die Stadt erobern Oder vernichten, heißt es Und deshalb durchwühlst du die Gedärme dieses Vogels? Seine Krähen brachten dunkle Träume Schluss mit diesen Schauergeschichten Hilfe beim Wettbewerb Hilfst du mir nun bei der Eichblatt-Queste? Verschon mich mit deinen Albernheiten Ich habe Wichtigeres zu tun Deine Krähen sind auch morgen noch da Die Queste ist nur heute Okay, der hilft uns anscheinend nicht Ich kann es aber noch mal Ich probiere es nochmal Hilfst du mir nun? Verschon dich habe Deine Krähen Ja, ja, ja Krähen gibt es jeden Tag Ich muss los Die Konkurrenz schläft nicht Okay, so Jetzt können wir uns frei bewegen hier Ich schaue mal Also ich kann jetzt hier mit Shift Kann ich sicher Genau, da kann ich das hier anklicken Ich werde es mal als erstes zum Schluss machen Und wir Mit Quinnin haben wir geredet Wir können Er ist vollkommen übernächtigt Diese Albträume plagen ihn seit Tagen Ich fürchte allmählich Verliert er den Verstand Das denkt man oft von weisen Menschen Netzfange Sind deine anderen Sachen wenigstens noch ganz? Ja Okay, ähm Ein Vogelfänger braucht zwei Dinge Die richtige Falle Und den passenden Köder Aber erst sollte man wissen, was man fangen will Ich wollte eigentlich nicht kombinieren miteinander Aber wir können ruhig, äh Was habe ich jetzt in der Hand? Einen Hammer Was soll er damit? Okay, äh Hammer wenn er nicht Will er ein Taubenei Sind deine anderen Sachen Ja Okay, gut Äh Will er ein Wurfnetz Sind deine andere Ja Ja Äh Will er ein Kreuzer Gibst du mir noch ein paar Münzen? Die Kräuterpreise sind schon wieder gestiegen Du bekommst deinen Lohn am Feuertag Und nicht er Okay, gut Dann halt nicht Äh Das war es auch schon Können wir Münzen mit Das geht so nicht Warum denn nicht? Damit locke ich bestenfalls eine Aids da ins Netz Das kann ich besser Damit locke ich bestenfalls eine Aids da ins Netz Okay, gut Wir sind also ein Fallensteller Nicht so Nicht so Brauche ich vielleicht noch Wie komme ich darauf? Das frage ich auch, wie du darauf kommst Also wirklich Ach nein Die Netzfalle ist für diesen Köder besser geeignet Netzfalle Wurfnetz Alles klar Okay, gut Äh Kann ich zerbrechen? Eventuell Brauche ich vielleicht noch Alles klar Zerbrechen Gwynling war immer darum besorgt Dass dieser Fluch nicht noch stärker wird Aber manchmal kann ich es einfach nicht zurückhalten Wir haben also wirklich den richtigen Fluch auf uns Alles klar Äh Und die wissen auch davon Bild Gwynling hat gestern das ganze Zimmer durchführt Um diese Zeichnung wiederzufinden Und wie immer hat er verschwiegen, was sie bedeutet Was steht hier geschrieben? Die Schrift ist winzig Was machst du da? Hast du keine Aufgabe zu erledigen? Jein Ich bin ja gerade dabei eine Aufgabe zu erledigen Moment Ich muss mich zusammenreißen Äh Taubmeier Wird doch nichts Oh, ist das denn ein G-Stock? Winlings Gliederschmerzen werden immer schlimmer Selbst mit dem G-Stock verlässt er kaum noch sein Zimmer Winlings Gliederschmerzen Selbst mit dem Nehmen wir ein bisschen Scheiße Ich leie mir einmal deinen G-Stock Er nimmt dir wirklich Obwohl der Mann so viele Schmerzen hat Was für ein Arschloch Entschuldige, dass ich zu sagen Nicht so Benutze Brauche ich vielleicht noch Wie komme ich da Okay Ich muss Das führt zu nicht Gut Alter Der Mann hat übelste Schmerzen und er nimmt das alles Und was brauchst du diesmal? Ein Mittel gegen diese verfluchten Krähen Aber ohne die Magie einer Fee wirkt es nicht Woher weißt du das? Woher versteht der Wolf zu jagen? Dieser typische alte Mann, der in jedem RPG vorkommt Du musst die Finger davonlassen Zerbrichst es nur wieder Und alles weiß, aber nie verraten möchte, was es ist Na dann Äh G-Stock Nie wieder zerbreche ich eine von Gwinlings Apparaturen Die Trachtprügel fühle ich heute noch Du sollst zerbrichst So brauche ich noch ein Käfig Kannst du nicht warten, bis ich ihn wieder hergerichtet habe Das wird Olgert büßen Seid ihr beiden nicht befreundet? Seit über 10 Jahren nicht mehr Seid ihr nicht befreundet seit 10 Jahren nicht mehr? Okay, gut Äh, ja Sonst haben wir hier nichts mehr Ich gehe mal nach unten Ich finde diese Glassplitter auch so geil Zum nächsten Weg Ich muss mein drittes Eichenblatt von Olgert zurückbekommen Außerdem muss ich zum Burgtor Und mir beim Haushofmeister das letzte Rätsel für die Quiste abholen Da sehe ich schon was, was aussieht wie Eichenblätter Zwei Eichenblätter habe ich Das dritte hat Olgert Und das vierte ist noch versteckt Dann los Okay Kleiderkiste Flöte Noch irgendwas Nicht wirklich Ich guck mal ganz ganz Flöte Ich hab seit Jahren nicht mehr gespielt Flöte mit Eichen Nein Mit Gehstock Nicht so Baller Eichen Ich bin etwas ideenlos Gedankenlos So nicht Das ist keine Hilfe Okay Hammer Ich weiß nicht Und das letzte Nein Kann ich eventuell die Flöte mit ihm benutzen? Nein, nicht raus Ich würde noch gar nicht rausgehen Es muss doch hier irgendwo sein, verdammt Aber der Burgwächter sagt, er hat es nicht Sei still Da ist Geron Wenn der uns belauscht Ich will da rein Ich war nämlich noch nicht fertig Und zwar habe ich gerade noch ein Katapult gesehen Irgendwann werde ich einmal ein richtiges Katapult bedienen Der Frieden mit Nostria wird schließlich kaum von Dauer sein Vielleicht kannst du ja die Gegner nicht einfach verspüren Es schießt nicht mehr Das Spannengarn ist durchgefault Könnte ich eventuell das Ei da reinlegen? Geht nicht Wie soll das nicht gehen? Äh, die Eichenblätter Vielleicht Nein Äh, die Flöte Hä, wirklich? Ich benutze Moment Ich benutze eine Flöte mit dem Katapult Moment Stopp Flöte Katapult Warum fängt jemand an auf seiner Flöte zu schwimmen Wenn man die Flöte mit dem Katapult benutzt? Hä? Kapuf Ein Kapuf Okay, wir gehen Können wir da reingehen Und das ist kapuf Warum können wir da nicht reingehen? Okay Gut Dann Gerons Elton Ihr Bild verwischt mehr und mehr Ich habe kaum noch eine Erinnerung an sie Geh mal hin Ich schaffe das Ihr werdet sehen Es laufen gerade einfach nur ein paar Dinge schief Okay Wir haben Wir probieren mal Heute nehme ich mein Glück in die Hand Gut Können wir eventuell Flöte Hoch Das spielt ja schon wieder Sehr schön wenn er länger spielen würde Ich finde das ziemlich cool Das konnte ich einmal besser Ich finde das eigentlich wirklich ziemlich cool Aber er spielt leider nur sehr lang Sehr wenig Es ist kein Kreuzer wert Aber ich hänge daran Okay Dann ist es ja ziemlich viel wert Das sind ja immerhin deine Eltern Eines der wenigen Dinge Die ich niemals kaputt machen würde Ein Netz Und ich rumpiere es einfach aus Auch wenn es komisch aussieht Ihr habt sicher auch nicht gewollt Dass ich mein Leben als Vogelfänger friste So ein Ei Ihr habt sicher auch nicht gewollt Dass ich Okay Dann wird das andere auch dasselbe sein Ein Spazierstock Keine Sorge Winling behandelt mich gut Meistens jedenfalls Na gut dann Würde ich sagen War es das auch erstmal für die heutige Folge Ich werde die Folgen wieder unterteilen Und werde euch willkommen Und wir gehen heißen Wir gehen Wir gehen Wir gehen Und ja Wir sind in einem neuen Let's Play Wir sind der junge Geron Und ich freue mich schon auf morgen Tschüss Und wir gehen